Vorsicht! letzter Leben der Verbündeter Spike in B Warum verkacken wir das jetzt so? Alter... Komm, die holst du noch Oder auch mich Die holst du noch Ich bin mal gespannt, wenn ich Jampa habe und wie ich damit abgehe Weil er hat zu viel Stil ehrlich gesagt Er hat zu viel Stil Ey komm, weißt du wie er seine Turrets Und seine Turret Teleporter platziert? Jaja, ich weiß, er hat dann die Karten in der Hand Match gefunden Was musst du das mal bringen Er ist auch ein bisschen eingebildet Weiß nicht, wenn ich so aussehen würde Würde ich mir auch die Arroganz leisten können Ich spiel mal Ich warte erst, wenn jemand anderes Zowa will Der ihn vielleicht besser spielen kann Dann soll er ihn nehmen Lehn dich zurück, ich hab das schon voll im Griff Ah, jetzt ist glaub der richtige Link bei mir drin Ich glaub fürcht, die hat sich gerade einfach so in meinen Bot reingeschlichen und hat einfach nur seinen Namen dahinter geplaced Fürcht die, der alte Hacker Okay War so wegen dem Ding Also wie gesagt, ich habe jetzt frei Spam nicht einfach zu, passt Dann Sobald ich mir dann Zähne geputzt habe und ein bisschen was gefrühstückt habe, versuche ich dann da zu sein Ah ja, und wie oft musstest du jetzt schon die Katzen aus deinen neuen Regalen wieder rausholen, nachdem alles eingeräumt war, gestanden hat und Und Die waren ja gestern schon Sehr davon angetan Weil sie hat ja geschrieben, als sie ein Bild davon gepostet hat, ignoriert den ganzen Scheiße auf dem Boden Wollte ich auch drunter schreiben, wollen wir die Katzen auch ignorieren? Ja, wir hatten gestern noch Pyjama Party bei Discord Wieso bei Pyjama Party bei Discord denn? Ja, wir haben einfach uns mal entschieden, dass alle mal die Cam anmachen Das war recht witzig Okay Konnte man sich mal gegenseitig so So begutachten, wie man Abseits der Profilbilder so ausschaut Es wundert mich ehrlich gesagt Dass ich die Leute mit meinem Profilbild auf Instagram oder auf Discord nicht verstöre Wieso? Also ich habe kein Instagram Äh, auf WhatsApp, pardon Ah ja, auf WhatsApp habe ich dich glaube auch noch nicht Ja, Maso, die ist aber nicht verstört, weil ich bin deine Ausnahme Ja Hier sind wir nie einfach ein Individuum Ich scanne voraus Ah, schade, da hat meine Maus gerade nicht mitgemacht So sollte der Pfeil gerade nicht kommen Ich röb mich, ich rotiere mal rüber Du kannst ja nochmal hier bleiben Äh, die Sage kann da bleiben Ja Aber ich glaube die pushen kommen Die sind schon drauf Die stimmt auch Ja, die sind noch in Die sind noch in Zwischen die Augen Darrell on side Oh, scheiße Fuck, da in der Ecke Vorsichtig Sorry Alles gut, alles gut Spiel ruhig Ist der eine Kamera? Ja, muss mal gucken wo Oh Oh, oben Aufrechter habe ich Spine in B Die haben dir zugemacht Hat sie gefunden Schön Hinter uns Ding Ah, er hat mich Oh, ein guter Refrag Lass sie kommen Noch 30 Sekunden Ich weiß nicht, ich glaube sie hat Hat sie den Pfeil ja dahinten 15 Bullets Sorry, klar Ah, fuck Schade Scheiße Schade Oh, schade Selbst wenn ich sage, er mich zurückgezogen Hätte das nichts gebracht Schon nicht wild Machen wir noch eine Sparrunde Aber ich habe auch jetzt ein bisschen gepanickt Ehrlich gesagt Auf einmal steht die mal vor mir Ah, was spiele ich denn? Was spiele ich denn? Sparrunde Spare gerade Hey Doc, halt uns am Leben, ja? Egal Steps bei mir Auf einmal Auf einmal Ouuu Vorsichtig Bei mir Hier Mann Oh, ich kriege die mit auf den Sack, Alter Da waren beide Scheiße Ich hab's Ich muss mich nicht so nah dran sind Kacke Da gab's dann Hier Oh ja, den sollte er vielleicht abgefahren. Autsch. Spike platziert. Oh wow. Gegner bei A gesichtet. Alter, was hat der für'n... Was hat der Jordu für'n... Der hat ja nur so'n viereckigen Punkt, ey. Jetzt ist der eine entdeckt und der andere defused. Ah, der kam von der, der kam, wo du schaust. Schafft aber trotzdem. Ja, sehr gut. Schlicht nicht. Good job. Ey, das ist das gemeine an Jemba. Der könnte theoretisch den einfach mal eben bathroom gehen und einmal da drüben. Ja, er hätte einfach schon diesen... Er hätte das Ding zu stören müssen. Wir schaffen das. Bam, tot. Ähm, als Verteidiger kaufe ich nie die Eulendrohne. Ja, da geht jetzt alles B. Geh ich mit auf B. Obwohl, ne, ich geh mit... Ach, scheiß drauf, komm, ich geh jetzt B. Joro... Dringen wir sie zurück. Steffs bei mir. Hier. Viele Gegner bei B. Becker vor dem... Steffi. 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 Ich komme rüber. Gegner bei B gesichtet. Oh lol, der Joro ist oben bei euch. Gegner getötet. Sind ja alle bei euch? Ja, ich glaub so ziemlich. Nee, bei mir... Bei mir steppt einer rum. One just defeated. Spike in A. Hab den Spike aufgehalten. Ein Gegner übrig. Reiner ist tot. Meine Ult ist bereit. Ja sicher! Das ist noch selbein geschützt. Der hat mal ne Waffe. Mhm. Der geht lämst. Wow. Letzter Leben der Verbündeter. Okay, das ist definitiv nicht selbe. Wtf. Alter, was will der? Ich hab's nicht verstanden. Gegner in der Nähe. Ich glaub, weil ich gesteppt hab. Aber in dem Moment, wo ich gesteppt hab, war er doch schon tot. Was soll ich machen? Rausschleichen? Einen Headshot fressen oder wie? Okay. Ich geh mir die jetzt auf A. Mhm. Wenn ich flashe, dann tut's mir leid. Naja, alles gut. Ich hab Ult ready. Ja, warte nur ab. Ich... Ich schieß den Dart. Stepp ist schon wieder bei mir. Okay. War das echt viel? Ja, aber Reiss ist immer noch da. Ich glaub, sie sind gesplitten. Serge, kann ich heal? Boah! Sie kommt halt um die Ecke. Und aus dem Dreck. Drei Headshot. Und aus dem Dreck. Fuck. 40 Reiner. 40 Reiner. Die Reiss ist... Die Reiss ist gerade nicht von schlechten Eltern, ey. Wo sind wir da? Naja, die Reiss ist ultra gut. Naja. Oh, shit. Schade, ey. Gut. Dann... Geh ich jetzt nicht mehr pieken. Dass die mir direkt einen drückten, hab ich ja nicht gedacht, ey. Ich auch nicht. Aber ich muss eindeutig mehr Valorant spielen. Es macht so Spaß. Ja, also ich kann das eigentlich... Das Game kann ich immer wieder spielen, wenn ich nicht weiß, dass irgendwelche Cheater in meiner Runde mit drin dabei sind. Wenn du spielen willst, spielen wir. Der Olgi. Oh, komm schon los! Ich hab Waze getötet. Ich hab Waze getötet. Ich komm rüber. Oh, ich kann mich aus der Zeit und noch mal, bro. Das ist so unnötig. Oh, von hinten. Du bist noch nicht her. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Die haben Waze wiederbelebt. Ach so, ne Kacke. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich konnte aber auch nicht raus. Ja, das wär ich im Tag. Ich hab gerne. Oh, schön. Wenn ich kein Maßmaschlocke. Vorsichtig. Die Frage ist, Ehrlich, die mir gerade stelle. Hier ist der Hilling. Wo ist Seifel? Der ist hinten. Ja, das war klar. Macht doch nicht schlecht, dass er da rumzieht. aber eigentlich sollte jetzt ja der weiß der weiß dass ich komme und der sei ja und lass erst mal sage klein schön in die nüsse ich habe manchmal das gefühl man hier in dem mikrofon und alter ja okay ich da darf ich nicht mehr kann mein mikrofon war lange zeit katastrophe ja aber das ist aber auch katastrophos die hier haben wir sind im jahre 2021 leisten können ja weißt du noch weiß nicht ob du mich da mal schon kann das hat sich noch mit 50 aber das war so doof die kam raus als sie noch diese thomas ich habe ich selbst geflasht sofort rausziehen am besten ist dass dieses pullout game man kann sich auf andere arten das was so was sagt ich gehe nicht mehr so krass piken immer weil wir hier verlieren sie bei dem fight nur du kriegst im moment kriegst du meine headshots ab die für mich gedacht sind ich komme zu dir haben den spike fallen gelassen passt auf kannst du einen pfeil dahin schießen ne schock oder ach das war mein schock dort scheiße das war der schock da hat kacke ich bin mir wie gesagt nicht sicher können auch sein die kommen über schauers also hört sich nach b an noch drei alle window alle zwei window und einer ist genau da ach da scheiße der hat seine ding wie kann es nur ein 23er hit sein noch 30 sekunden ich hoffe dass er jetzt hier blenden geht wahrscheinlich das ist die stärke von chamber dass er hin und dass er die seiten so gut switchen kann ich glaube ich bin deutscher die hat wieder kommen what the fuck ich glaube bei mir kann man sich noch an hat er ganz klar gesagt keine ahnung wie geht es dir bist du da ja gut diesmal habe ich wirklich richtig scandard die haben die band kaputt gemacht oder wir gehen von hinten du gehst von vorne ist einer rüber rotiert einer rüber rotiert glaube ich 114 und riech dann gibt er mir ein headshot sind die drüben oder spike platziert was mal los mit vorne schade ich kann es nicht gelegen was anfragen bei mir ich kann das soll ja dann verkaufe ich die schnell und kauft ihr eine große rüstung kennt mich doch ja klar ich kenne ich auch mittlerweile schon fast zwei jahre weil kommt ein autoschen und wie long hier sie hatten sie haben fast jetzt abgekriegt ich steige hoch ich steige hoch ich steige hoch wichtig schon wieder so lange mein gott die klassen rechnung muss ich das muss lang her sein ich freue mich noch freitag raffay ich muss dann morgen mal wenn du zeit auch mit ihr was besprechen mal mit raffay bei freitag wollen mit dem relevant spielen und ich habe irgendwas geplant bei sonntag geht das nicht weil da ist ja mal so abend stream ja dann kann ich das ja da bin ich sofort dabei da will ich was und da wieder aufräum ich habe ja genau in dem moment wo ich den darf da draußen hatte scheiße oucha ah da war ich da war ich trof uff widersache wir seid nicht kürzen aber sie ist getroffen wahrscheinlich search behind you can i get healed warum machst du mir denn jetzt alles hier zu wo bei piran des und durch in nö kurz Ja, ich finde die Chamberlain auch so krass irgendwie. Ja, vor allem das Unfaire ist, der kann zweimal zoomen. Ja, aber warum solltest du zweimal zoomen? Einmal, wenn du auf Bree stehst, ja. Ja, okay, stimmt. Lassen die das jetzt echt durch? Okay. Ja gut, dann plantet halt einfach nicht. Ich weiß nicht, Joro wäre auch noch da gewesen. Ja, ja, pass auf, jetzt ulken gleich alle vier, ulken gleich rein. Jieten gerade gleich, richtig, ey. Ich urteile gerne nicht über Menschen, aber wenn ehrlich gesagt, ich kann ja kein Ball, jo. Oh, wow. Ein bisschen mehr Motivation hier an den Tagen. Dann klingt das ehrlich gesagt so, ich habe irgendwie kein... Verlass dich auf mich, Alter. Ja. Genau sowas. Verlass dich auf mich, Alter. Decke Gebiet auf. Dann habe ich wieder Steps gehört, irgendwo. Hey. Hier sehr belong. Ach, ich hatte meine Shift-Taste. Steps schon wieder? Ich piek da nicht, ey, da ist bestimmt nur Op. WOL. 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 Ach, eine Chance. WOL. WOL. Sorry, ich sehe. Hehehe Schönen Jockey Oh Gott, geht nichts Teleport Two Teleports Chamber war nämlich oben im Fenster Nämlich Ja, ich hab ihn gerade im Deck Ich geh mit ihm hier rum Ich geh mit ihm das erste Mal ab Cypher ist er, planten er Noch 30 Sekunden Spike platziert Wo ist er, wenn er die Schöpfchen schafft Hier Das war dumm von mir Oh Scheiße Das war einfach dumm von mir Ja, ach kacke, ja Ach komm Ach ja, lass mich in Ruhe Das safe, ich geh auch Alter, ich muss den doch Ich safe Ich werd den ruhig stellen, ehrlich gesagt Ja Lieb Zähl ruhig Zähl Ja, den nehm ich noch mit Ich kann ja mal aufhören rumzuheulen Es ist ja nicht mal was passiert Wir stehen 7-4 Als Attacker wird's jetzt schwieriger Letzte Runde vor dem Wechsel Gleich ist die letzte Runde Geht euer Geld jetzt aus In der Hölle gibt es keine Banken Echt? In der Hölle gibt's keine Banken? Ich dachte da wär die Lehman Brothers Jetzt Masu hat glaube ich keine Bank Ja genau Ja genau Wo können wir eigentlich unsere Hürne gewinnbringend anlegen? Jetzt frag ich mich seit ich das erste Mal bei Masu auf dem Channel war Pfff Wenn Zumpusan Die näher der Basis Ich kann jemanden reviven Deckigebiet auf Da sind sie Da ist... Da ist er wieder Aus der Schauer Alter, meine Shift-Taste funktioniert nicht mehr richtig Schauer Ja, Schauer Da kommen welche bei mir Vorsichtig Ach Ja, krass Spielen wir 35 Schaden Oh, Alter Ja Äh, wo weiß ich Janus War noch zu Ende Spiegel in Arm Letzter lebender Verbündeter Ihr werdet meine Verbündeten nicht tüten Wer noch unterwegs Die Schatten bewegen sich Spike platziert Er bleibt Er bleibt ich frage mich gerade ob wir was wir jetzt gerade anders spielen werden wir zu cocky oder ich weiß nicht was wir da machen gerade also es ist gerade irgendwo ein bisschen seltsam also werden wir gerade zu cocky weil ich habe jetzt schon lange kein kümmer gemacht was das moment ich verstehe dich nicht wenn du so nuschel ist wenn du spielen willst spielen wir die haben eine wand wieder gemacht ich weiß nicht, dass ich die Kappel bin ok Joro hält das Hier, passt auf! Bereite Portal vor! Bahn! Oh, Alter! Komm von hinten! Ah, ich krieg's nicht hin, 26 auf einer. Sehr schön! Letzter Leben der Verbündeter! Spike in B! Warum verkacken wir das jetzt so? Alter! Komm, die holst du noch! Oder auch mich! Die holst du noch! Oh, dann kriegst du den Triple Shot ins Gesicht! Ey, ich hatte eh nur 28! Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist schon wieder. Ärgerlich! Ich weiß es nicht. Ich würd's dir gerne ein paar beantworten. Ja, aber auch im neuen Mails lassen auf einmal nach. Am Aim liegt es gerade nicht, ey! Ich würd's sagen, ich würd's sogar heute dran, ich bin wirklich gut drauf. Zusammen! Ich würd's sagen, unsere Mails lassen wirklich nach! Das ist schon irgendwie leicht belastend. Ja, watch the plan! Watch the plan! Erstmal, Junge, gehst du mir nicht auf die Eier. Ja! Hier! Der kommt unter Weges! Die Schatten bewegen sich! Gegner bei B gesichtet! Lade nach! Vorsichtig! Lade nach! Ich hab' mich selbst geflasht wieder! Ja! Ich hab' mich selbst geflasht wieder! Ich hab' mich selbst geflasht. 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 Ja, lass ihn kommen, er muss kommen. Er hat seinen Teleporter gestellt. Oh, schön Jockey! Probieren führt nur zu verlieren! Ja, komm, wir holen uns das. Nein! Was denn? Ich hab die Phantom nicht gekriegt, leider. Ah, schade. Egal. Die Stinger tut's auch noch. Die Stinger ist das Problem, einfach nur, die macht nicht viel Damage auf lange Distanzen. Ja, aber jetzt lass mal A gehen. Stimmt schon. Ich will hier. Hier. So, ich kann planten. Gleich wieder da. Die hat ne Granate geschmissen. Die Jagd beginnt. Ich bin der Beach. Ich bin der Wander. Oh, man. Ich habe den Spike. Jetzt wissen die auch, dass wir hier sind, ne? Oh, noch eine, noch eine, noch eine. Ausgeschaltet. Wollen wollen, schau aus. Wollen wollen, schau aus. Hier. Ich glaube, wir müssen auch mehr mit dem Team reden. Muss mich immer angewöhnen und nicht immer so still zu sein. Ein Gegner übrig. Ich muss mich heilen. Vorsicht. Oh, sie hat halt einfach ne Judge dabei. Wer spielt in dem Spiel den Shotfly? Äh, Raphael spielt sie. Echt? Ja. Er kann damit auch sehr mehr unten gehen, finde ich. Okay. Ich komme da gar nicht auf die Distanz. Oh, schönes Ding. Deswegen sagen wir auch immer... Wow, er bringt sich einfach fast selber oben. Neue Taktik. Immer am Ball bleiben, ja? Deswegen sagen wir immer, wenn Raphael mit der, ähm, mit seiner Shotgun da kommt, Raphael macht jetzt gleich den Raphael. Oh, wow. In den meisten Fällen funktioniert das sogar. Weil, wenn wir merken, die pushen wirklich krass ran, so wie wir gerade. Und das große Problem war, ihr wart alle auf einem Haufen. Ist die Judge ziemlich gefährlich. Naja, stimmt schon. Snipen ist allerdings da mitten nicht drin. Ja, ich war halt überrascht, dass da die Sage noch im Eck hockte. Also, darauf war ich absolut nicht gefasst. Achtung. Spielzeugauto. Ich hab's gehört. Ich glaub, du hast mich grad minimal etwas blockiert. Scheiße, sorry. Tut mir leid. Alles gut. Ah, nee, sowas darf eigentlich nicht passieren. Aber ich wollt nach hinten, nämlich. Na egal. Oh, ja. Letzter Leben der Verbündeten. Was ist dein Bug? Oh, okay. Letzter Leben der Verbündeten. Uff. Oh, gut. Hat sie gut gemacht auf dem Ding. Oh, die Ult ist auch weg. Das ist doch irre! Fühlt sich an, als würden wir das schon ewig machen, oder? So, are we nudged again? Wir polon mir so. Was? Missed, I don't understand you. Missed, I don't understand you. I said are you nudged again. What? Dein Problem? Dein Problem. Yeah, me too. Ich versteh'n dich. Ich versteh'n dich. Ja, ja. Ich guck'. Ich hoffe, ich krieg' den Headshot dann zusammen. Unser Spike-Träger ist tot. Spike in B! Ach so, scheiße. Ich renne? Oh, ich hab' nur zwei AP. ein gegner ist noch hier drin wir müssen die uns hier im elbo bei mir ich hatte noch zwei ich habe einfach geändert agiert gemäß meinen infos lasst ihnen keine zeit zur neupositionierung die muster gucken was man das jetzt aber jetzt habe ich meine leute das finde ich immer ganz witzig das will der jetzt mit settings ich glaube der aktiviert ist ein sheet keine ahnung was er hat das ist immer noch besser als das kind ok was hat es getan hat einfach quer über die map ihr mate geschmissen hat sich getroffen ich gebe market äh sie spielt elbow raise him elbow raise is up top 40 ich kann auch ich kann auch nach strad ihr habt euch nicht gepostet ok 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 schwanger kopfschuss noch 30 geknär Eltern des Oh, schöner Switch, vom Omen. Du bist ja gerade allein. Wo ist die Rainer? Der letzte ist der Cypher. Ich weiß nicht wo der war. Die kommen unterwegs. Dies finde ich eher ein bisschen zu krass am Ablenken. Uff, ich dachte, ich wäre außer Reiweite. Ich habe da nebenbei was Sprayen gehört und dann wollte ich eigentlich den Cypher noch wegnehmen. Ja, ich habe ihn auch gehört. Aber ich finde Cypher ist irgendwie ein richtig nicer. Er kommt doch aus Marokko. Ja, dann dürfte es hier seine Maps sein. Wo man älgerlich manchmal fragt, ehrlich gesagt, ob er Mensch ist oder ob er ein... Alter! Ja! Ich habe das mal ganz mein Problem. Ob er aus Marokko... ob ein Mensch oder eine Maschine ist, ist die bessere Frage, ehrlich gesagt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es beginnt! Neutralisiert! Geht aber nie gesichtet! Wir bewegen sich! Lade nach! Mein Gegner übrig! Flieg an side, on side! Spike in B! Oh, von hinten! Oh! Schön, Jockey! Danke schön! Der Cypher wollte schon wieder aus dem Embo rauskommen! Mechpunkt! Teilen euch zu ewiger Ruhe! Das ist die Rainer! Die macht uns nicht schlecht! Oh, ich hab nötig! Ja, und jetzt haben wir einen schönen Vorsprung! Fünf Runden Vorsprung! Ja, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir einfach so weiterspielen! Die Sage hat noch Ult und der Chamber hat auch Ult! Alter, ich bin immer Bodden-Frag! Ich muss aber aufpassen auf die kleinen Roboter! Vom Chamber! Ich guck mal hinten! Ich hab den Spike! Ich guck mal hinten! Ich hab den Spike! Ich guck mal hinten! Steps! Wenn du spielen willst, spielen wir! Ich komm durch den Sand! Mann, ich hab mich selbst geflasht! Ich komm damit immer nicht klar, ey! Ich hab den Scheiße! Spike in B! Hm! Ach, Kacke! Letzter Leben der Verbandeter! Hä? Ach ja, er hatte seine Ult! Ach, Kacke! Ah, ich vergesse es! Ich hab nur eine Orb gesehen und dachte, ich könnte jetzt drücken! Nein! Das ist ja schlimmer als nur Orb sogar! Keine Ladung! Ja! Er kann sich sogar damit bewegen, richtig! Ah, das ist ja krass! Das ist ja krass! Was ich einfach an dieser Waffe einfach nur krass finde, ist, wenn du triffst, dann bekommst du dieses komisch... Ja, diese langsamen Pfütze! Genau! Das Ding ist ziemlich groß! Ja! Ne, versuch's nicht, Kumpel! Spar deine Cruts! Er hat halt einfach drauf gewartet und gibt ihm durch den Nebel, ey! We got it! Ah, knapp, ey! Er hätte noch ein Stückchen spielen müssen mit ihm! Ja! Wir sind stark, weil wir zusammenhalten! Vergesst das nicht! Mann, ich hab mich gerade bei der Racer selbst geflasht! Ah, Scheiße! Der ist in der Wand abgeprallt und dann... Ja, das ist aber die Kunst von Phoenix, die selbst flashen! Ja, deswegen werde ich Phoenix nicht spielen, weil ich mich dauerhaft selbst flashen würde! Also, mit der Sky habe ich ja schon viele meine Mates geflasht! Sky kann überhaupt nicht! Sky ist halt ein super Aufklärer, finde ich! Ja, aber Sky kann ich übelstinnig, weil ich irgendwie das nicht so richtig kann mit dem Vogel! Die Schatten bewegen sich! Wer kommt unterwegs? Ich werde einen Heal! Sorry, ich helde mich selbst! Sorry, sorry! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Vorsichtig! Gegner bei A gesichtet! Vorsichtig! Steht in die Schicht! Cheat landet! Ah! Piranha geallt! Nice! Pfeil des Schicht! Das ist der Temper! Last one die Roll ist auroch! Ach, come on! 40! Ich nauss! Oh, komm schon, los! Und das war wirklich gut. Bis zum nächsten Mal.